Okay. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir gewesen sind. Wie gesagt, ich weiß nur, dass wir... Wie war nochmal die Funktion? Ich muss erstmal selber gucken. Wo sind wir denn hier jetzt? Was war denn unsere Aufgabe? Finde einen Absolove-Schlüssel auf dem Leuchtt... Ah ja! Wir waren ja jetzt hier in diesem Dings, ne? Wo wir die ganze Zeit die Schlüssel finden müssen. Schleuse? Stimmt. Ein weiteres Spiel in den Chat schmeißen. Das ist ein guter Hinweis. Genau. Ich wollte heute Spiele raus... Ich vergesse das immer. Ähm... Ja, während wir gerade hier so ein bisschen rumfahren und quasi ankommen, würde ich nochmal eben schnell hier bei mir umschalten. Und, äh... würde sagen, als nächstes es geht... das in den Chat. So. Und ich würde sagen... viel Spaß mit dem Spiel! So. Äh, nein, ich brauche hier nur... So, zack! Viel Spaß! Gut. Wir sind angekommen. Wo auch immer. Ach, wir sind wieder zurück, ne? Oder warte mal... Oder waren wir da richtig? Ne, wir haben ja da gespeichert. Wir waren da bestimmt... Äh... Wir mussten bestimmt da lang, ne? Wenn man so lange raus ist, dann... Ja. Können wir uns nochmal angucken, wie schön die Tür noch animiert ist. Ja. Gut. Genau. Ruhig melden... Wer, äh... Wer sich's googelt hat. So. Wieder zu langsam? Echt? Wer holt sich denn hier mal die Spiele? Sleppert oder was? Warte mal, ich muss mal eben was gucken. Ich... Nein. Ich schau mal eben was. Warte mal. Ich muss mal eben was nachschauen. Äh... Ach so, okay. Warte mal. Okay. Gut. So. Wo war ich? Ich war... Da. So. Ach so. Ähm... Hier rein. Waren wir hier schon? Ich bin mir nicht sicher. Boah, ich krieg keinen Kopfschmerz. Warte mal. Ich muss mal eben... Ach. Eine geile Tolle. Ich werd mal die... die Mütze abnehmen. So. Dann seht ihr mal eine geile Haartolle. Hm. Waren wir hier schon? Waren wir hier schon gewesen? Alter, mach dich so'n Scheiß. Ich hab gerade erst angefangen. Ich glaub, wir sind richtig. Wie ging denn das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht alles. Äh. Ich weiß... Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Oh, da ist ein Secret. Wie komm ich da hin? Springen, ne? Hä? Kann ich hier nicht hochspringen? Doch. Wollte grad sagen. Nein, kann ich nicht. Hä? Wie komm ich denn da hin? Ah, durch ne Tür bestimmt. Die dahinter ist. Äh. Jungs. Ich müsste mal zur Tür. Kann ich die... Man konnte doch ausschießen... Man konnte doch ausschießen, ne? Wie waren das nochmal? Ich hab ihn einfach gelöscht. Ich bin der Terminator. Oh, äh. Ich hab keine Energie mehr. Hör auf damit. Aua. Muss aufladen. Warte. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ui. Ich verstehe nicht immer, wo wir hier sind. Was ist denn das hier? Äh. Äh. Was ist das denn? Äh. Alter. Was ist das denn? Geh weg, lass mich. Was leuchtet denn da? Wo ist es hin? Äh. Was ist das? Mach, dass es weg geht. Was ist das hier? Ich will es mitnehmen. Ah, ich kann aber jetzt nicht rennen, ne? Muss ich es mitnehmen? Ich schaff den Absprung. Ja. Nein, schaff ich nicht. Alter. Äh, was? Wie Game Over. Du konntest dein Schicksal nicht erfüllen. Was? Oh, wir sind wieder hier. Gut. Wir haben ja jetzt nicht so weit gespielt, ne? Das ist ja... So. Ah, da kommt der Schocker jetzt nochmal, ne? Oder? War das nicht hier? Der kam doch jetzt hier irgendwo, ne? Ja, hier eine Röhre. Das ist doch noch ein bisschen gruselig. So, probieren wir nochmal neu aus. Also, Kinders. Alter, du sollst aufladen, Mann! Hä? Wieso lädt der nicht auf? Ich muss nur R2 gedrückt halten. Ich hab das... Ja, Entschuldigung. So, was muss ich denn jetzt hier tun? Muss ich nicht einfach hier reinspringen? Oh, geh doch weg, Mann! Ich weiß nicht mehr, was ich hier machen muss. Der Tod. Der große Gleichmacher. Gut, dann können wir das jetzt nochmal ausprobieren. Ja, ich... Puh. Ich liebe diese Stelle. So. Okay. So. Oh, der rennt wirklich dahin. Alter! Ich dachte, der wäre irgendwie nur... Der Sport nur ganz kurz und dann... Okay. Ernsthaft. Beine mit einem Streich weg, Erasert. Alter Schwede. So muss das. Da sind sie. Sind die jetzt da gefangen? Ich muss mal eben schnell meine Batterie aufladen. Schon wieder leer. Das funktioniert manchmal nicht richtig gut. Sind die jetzt weg? Konnte ich nicht irgendwie Geister auch einfangen? War da nicht irgendwie was? So, also. Zurück zum Spiel. Vielleicht soll ich speichern. Alter, ist die Arsch dunkel. Kri-Ra-Runkel im Hühnerarsch. Es ist dunkel. Oh, nein. Oh, ich dachte schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den Türen geht. Habe ich schon mal erwähnt, dass das alles nicht so gut ist hier? Oh. Lift untere Ebene. Sperrmodus. Ah, jetzt die Tüte offen. Das ist alles nicht so toll. Oh, ernsthaft? So, wo sind wir denn jetzt hier? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Armladen. Ja, wenn ich gleich da hinkomme. Ah. 10 von 28. Ich bin gespannt, ob wir alle gesammelt haben am Ende. Sind ja nur noch 18. Nur noch. Warum habe ich das Gefühl, dass wir einige links liegen gelassen haben? Ich glaube, einen, meine ich, habe ich, glaube ich, schon vergessen. Ich meine, irgendwo im Spind war einer gewesen. Den wir übersehen haben. Weil ich habe mir tatsächlich parallel ein Let's Play angeguckt. Alter, die spawnen wieder. Willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen. Und jetzt laufen die auch noch da lang. Natürlich. Ich muss den Arm laden. Armladen. Das ist der Armladen. Aha. Diese Witze sind so schlecht. So lange stehen die da. Können wir hier lang gehen? Ne, warte mal. Da ist die Tür, wo wir hin müssen, ne? Kann er mal weg gehen? Können die da mal von der Tür weg gehen? Das ist ganz schlecht hier. Das ist ganz schlecht, dass er hier hinkommt. Oh, können die mal woanders hinwatscheln. Sucht euch doch mal ein Hobby. Mann, Modellbau soll ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ich, ich eraser euch wieder weg, ne? Oh, oh. Hat er mich nicht bemerkt? Der hat mich nicht bemerkt, ne? Schnell weg. Puh, Gott sei Dank. Äh, da ist rot. Da gehe ich als erstes hin. Okay. Hab ich da... Okay. Ah, Spinde. Toll. Sind das so tolle Spinde wie bei, äh, Voidstrain, wo nichts drin ist? Und hier sind Spinden schon offen. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir so bekämpft. Das sieht eh alles gleich aus hier. Äh, wat? Das ist ja zauberhaft, die Toilette. Ähm. Ah, da ist wieder diese... Oh. Da ist wieder die tolle, die tolle Dusche mit der, ähm, Videokamera. Die Videokamera-Dusche. Beim Duschen gleichzeitig gefilmt. So, hier können wir unseren Arm laden. Was? Okay, voll. Wo geht's da hin? Zu einer Tür mit einer... Ist das ein Baby? Soll mir das suggerieren, dass das ein Baby ist? Wie war das noch mal? Wer weint denn da? Da weint doch jemand. Da weint irgendjemand. Schleuse rotieren. Hm. Eine neue Batterie. Ich krieg grad Outlast-Vibes. Der kommt hier lang, ne? Ich hab mir das doch gedacht. Bisschen Outlast-Vibes. Ja, Story bin ich auch noch nicht so ganz fit. Wir müssen ja jetzt diese, diese Schlüssel finden. Um das aufzuhalten. Meine ich war irgendwie so. Was leuchtet da? Was hat er da in der Hand? Ich lad mal eben unsere Batterie auf. Schlüssel-Signatur bereits gescannt. Okay. Das sieht alles nicht so toll aus. Müssen wir... Ah, hier. Na, dann wollen wir mal. Auf und nieder immer wieder. Die vier haben wir noch nicht. Aber die werden wir bestimmt kriegen. Hentai-Dream. Hentai-Dream. Ich hör doch irgendjemanden. Ich hab... Ich hab irgendjemanden gehört. Ich hab... Ich hab irgendjemanden gehört. Okay. Kann ich dich mal eben scannen? Ja, okay. Ich glaub, wir müssen gerade jemanden finden. Der kann das sein. Okay. Okay. Toll. Hätt ich mir das auch schenken können mit der Luke, ne? Wenn man auf der anderen Seite so leicht reinkommt. Aber sonst ist sie auch nichts. Toll. Gut. Wie dem auch sei. Wir haben ja noch ein paar Räume abzuklappern. Da hinten läuft er. Ich hab ihn gesehen. Hinter den Kisten läuft er. Hab ich doch richtig gehört. Dazwischen sieht man ihn so ein bisschen rumwatscheln. Da ist er. Kann ich den irgendwie umgehen? Oh. Ich hab noch so die Wege, wo du lang musst. Ja. Gut. Du kannst dir eh nur die... Die grünen Türen, ne? Die roten sind ja eh zu. Da brauchst du ja dann eh nicht lang gehen. Oh. 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 Oh.